Servus Hallo und herzlich Willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bami Plattfuß und heute nehme ich euch einen Tag mit in den Europa-Park. Also kommt mit! Guck mal, da ist die Polizei wieder. Da ist wieder die Polizei. Wir sind wieder zu schnell. Gib ihr da ganz viel Gas. Guck mal! Guck mal, Pinocchio! Hast du Spass? Ja? Emma, gebt euch mit auf eine Rückfahrt über unsere schöne Inselnummerland. Das wird ein Riesenspaß! Oh, Ella ist Zugführer. König Alpons, hm? Man nimmt unbeträchtliche Wenigkeit. Er treibt recht königliche Autor. Und das wird ein Riesenspaß aus dem Abschrubschritten. Da muss ich sie wieder aktivieren. Ich glaube, wir müssen die Brüder zurückgehen. Aber das hat es richtig. Ich habe es nicht in die Strecke. Ich habe es nicht in der Strecke. Wenn ich nicht auf höre, dann können Sie auch das. Iben, das geht mir einfach mal. Das war's für heute. Oh, nee! Oh, nee! Okay, es ist eine Hand, jetzt geht's! Oh, nee! Oh, nee! Wee! Oh, nee! Wir haben euch vor Zeit, Leute, so richtig geahnt. Die See ist künftig, aber ich hab schon Schlimmeres gesehen. Bleibt wachsam, Piraten! Reise wird noch einiges an, Boah, der Tempel ja geil gemacht, oder? Ja, 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 ja. Ich könnte uns helfen, von hier runter zu kommen. Jopi, lassen Sie das nächste Boot springen. Bereit? Wir sind jetzt hier nach Essen, haben wir jetzt gemeint, wir machen jetzt hier die nächste ich sag mal Flussfahrt auf diesem Floß und die ist sehr lustig für meine Kleine, denn mir wurde schon vom Nashorn erschrocken, das Restaurant war echt in Ordnung, preislich, fair, Größen sehr gut, kann man empfehlen, das heißt Bambu-Bike, das war bei den Piraten von Batavia, was mega mega geil war und wir werden jetzt weiter diese Flussfahrt genießen und wir sagen schon mal, noch einmal, danke SWR 3 für diesen tollen Gewinn, vielen Dank für diesen tollen Tag, Danke, danke, danke. Musik Ich bin jetzt hier noch mein devil. Da ist ein anderes à. Da ist es heil. Das ist toll. Da ist es. Da ist es nicht. Da ist es. Drei da. Dann ist es nicht. Da ist es. Da ist es nicht. Mein Herr. Oh Gott! Hallo Stoil! Was? Nein, Frau! Wow! Komm mal, wir haben uns noch mal. High five! Brüchen und Drums singen wir laut Das war gut, unser Teufel Schaut und gern, tretet nur ein Trächtig und stolz sind Baum und Toll Zu l'as haben die Motto-Song Shake it, Smurry, hit the drums Lava, die ist tot, jetzt nur noch mal ein paar Mutchen. Ja, Tag ein und raus, sendet mir laut. Nur der Sanit, unser Waldbruch, trittet nur ein, schaut euch gerne. Hier in Teutal, bleiben wir. Ja, bei uns kannst du Kind sein, schreien, singen, lachen, tanzen, magisch und schreien. Wer zauberert will, und wir sind im Wach. Und jede Traum steckt, und wenn wir steil, schaut doch los, leben wir los. Tag ein und raus, sendet mir laut. Nur der Sanit, unser Schreifel, schaut euch gern um, trittet nur ein. Hier steht uns stolz, sind schreien, schreien. Da ist er, da ist er. Gott, was ist da? Wo geht's jetzt hin? Ich weiß, was passiert. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Ich weiß, was passiert. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Komm mal, hör dich. Komm! Wir haben dich, Million, Sunny. Ja, wir sind weg. Ohhhh! 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 Oh! Ist das cool? War das cool? War das cool? Nee da! Was jetzt? Kein Kache! Kein Kache! Hat sie nicht müssen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Oh, da kam ein Dino raus Oh, da kam ein Dino raus Wenn die an Dinoман ger CAR, besessen die Dino mal Musik 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 Guck mal, der macht vorne Oh, der ist ein großer Oh, der ist ein großer Hier haben wir eine Geburtstagsparty für den Papa Guck mal, der hat Tuchel geklaut Ein Kuchendieb So, wir sind jetzt wieder ein bisschen weiter durch den Park gegangen Wir waren jetzt in Snorris Abenteuer, supergeil Piraten von Batavia, supergeil War jetzt gerade Abenteuer Atlantis War auch sehr lustig, es war so ein interaktives Skispiel Dann, was haben wir jetzt noch, Madame Freudenreich für meine Kleine Sehr, sehr lustig Und jetzt wollen wir Richtung Urland gehen Ins Kinderland Guck mit! Guck mit! Wir sind jetzt hier in den AAK-Teil eingekommen und wie ihr sehen könnt, es hat hier jede Menge tolle Sachen. Nichts für mich, aber meine Frau ist total begeistert. Sie haben Geldschieber, hier hat es auch Bowling, Abwerfdinger, nicht ein Geldschieberding, Greifautomaten, da hinten so eine Art Kamelrennen mit Maus, aber es hat keine Flipper. Fairfly! Oh! Lass es, lass es, lass es! Lass es! Lass es! Was ist er passiert? Das war's für heute. Das tapfere Schneiderlein. Sieben auf einen Streich. Das soll die ganze Welt erfahren. In einem kleinen Haus hoch über den Wolken, zu dem man nur durch einen tiefen Brunnen gelangt, lebt die alte Frau Holle. Immer wenn Frau Holle ihre Betten ausschüttelt, dann schneit es auf der Erde. Oh, ey, da kommt. Andere Fuß! Andere Fuß! Wir machen jetzt hier den krönenden Abschluss. Wir sind jetzt gerade nochmal die Piraten von Batavia gefahren und meine Tochter haben diesen kleinen Otter hier gekauft. So als Erinnerungsstück. Und wir haben uns jetzt hier noch ein Slushie zum Abschluss gegönnt und ich kann nur nochmal vielen vielen Dank sagen liebes SWR3 Team, dass ihr uns diesen tollen Tag hier ermöglicht habt. Ansonsten, wir werden uns jetzt ganz gemütlich in Richtung Heimat begeben, nachdem wir uns die Slushies hier verlichtet haben. Es war ein sehr toller Tag. Wir hatten sehr viel erlebt. Die Kleine konnte sehr viel hier fahren. Sie hat sehr viel lachen können. Dankeschön, wie gesagt, noch einmal. Ansonsten bin ich jetzt wieder raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben oder Kommentar da lassen, Abo da lassen. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!